Radio SAW, morgens bei Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Ja, mit dem Frühstück bin ich durch. Kannst du das eben in die Spülmaschine räumen? Danke. Sag mal, hast du gehört, dass H.P. Baxter am Wochenende auf Sylt geheiratet hat? Auf Sylt. Der Insel, auf der nicht nur H.P. lieber vor der Bestellung fragen sollte, how much is the fish, wenn er nicht aufgrund einer Restaurantrechnung pleite gehen will. Außerdem habe ich in der Bravo gelesen, dass DJ Ötzi wohl in einem pinken Paillettenanzug die Trauansprache für die zwei Turtel-Tauben gehalten hat. Und die Frau von Hans-Peter ist ja erst 22. Was? Ja, aber ich finde, das passt. DJ Ötzi soll seine Rede entsprechend mit Hey Baby angefangen haben. Oh, ja, ich komm, ja, durch bis los, ja, ist doch... Ach, ich meine, Achim. Und könntest du nachher noch kurz in die Drogerie und Wasserstoffblondierung kaufen? Wasserstoff? Warum das denn? Na, H.P.'s Haare sehen auf den Bildern einfach fantastisch aus. Das will ich auch mal probieren. Bitte? Ha, nur Spaß. Sorry. Ach, wo wir gerade von du hast die Haare schön sprechen. Guten Morgen, Robert. Äh, guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, Robby, hast du nicht auch auf Sylt geheiratet? Uff, ich bitte Sie, Frau Merkel. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf Sylt. Sie verwechselt mich wohl mit Christian Lindner. Ups, stimmt, Robby. Aber zum Verwechseln seid ihr beide ja schon. Uff, also, Frau Merkel, jetzt machen Sie nicht sicherlich. Chrissi ist doch viel kleiner als ich. Ich meine doch nicht vom Aussehen, sondern inzwischen von eurer Politik, nicht? Uff, ha, ha, ha. Ey, das ist nicht von mir. Es ist doch. Robert. Morgens bei Merkels. Die besten Comedys für euch. Auch immer zum Nachhören auf radio-saw.de.